In diesem Video möchte ich euch meinen neuesten Roboter vorstellen, den ihr in meinem RoboSpatium fahren könnt. Es ist das mittlerweile 13. Fahrzeug, das ich für meinen Roboterraum konstruiert habe, der Name lautet daher schlicht R13. Die Teile der Mechanik hatte ich im Zuge meines Testberichts zum Creality CR10V2 gedruckt. Größtes Bauteil ist das Chassis mit den Abmessungen 55x110x41mm, es handelt sich um einen sehr kompakten Rover. Die elektronischen Komponenten habe ich von meinem Sponsor Gearbest zur Verfügung gestellt bekommen. Es handelt sich dabei um zwei kleine Getriebeschrittmotoren inklusive Treiberplatinen für den Antrieb, einen Stepdownwandler, der 5V Ausgangsspannung bei bis zu 2A liefert inklusive Pufferakkus, ein Raspberry Pi Kameramodul, ein Mikroservo zum Schwenken der Kamera, und weitere Kleinteile zur Beleuchtung sowie eine Infrarotschnittstelle. Als zentraler Rechner kommt ein Raspberry Pi zum Einsatz. Ich verwende ein schon in die Jahre gekommenes Modell B Plus mit einem WLAN USB Stick. Der Gleichspannungskonverter muss unbedingt vor dem vollständigen Verkabeln über ein Potentiometer auf 5V Ausgangsspannung eingestellt werden. Verkabelt sieht das Ganze so aus. Energie liefert eine 12V Gleichspannungsquelle, die von dem Gleichspannungskonverter auf 5V für das Servo, die Motoren und den Raspberry Pi herunter geregelt wird. Die ULN2003 Motortreiber besitzen insgesamt 7 Ein- und Ausgänge, von denen nur 4 für die Motorsteuerung benötigt werden. An einer der beiden Platinen verwende ich die drei freien Ausgänge zur Ansteuerung der Scheinwerfer-LEDs. Die beiden Motoren können sowohl vorwärts... ...als auch rückwärts angesteuert... ...und der Stellwinkel des Servos kann variiert werden. Die LEDs können in Zweiergruppen ein- und ausgeschaltet werden. Die Mechanik bildet das Skelett des Rovers, wer genau hinsieht, erkennt, dass ich im Zuge des Zusammenbaus ein paar Teile überarbeitet und hinzugefügt habe. Die Schrittmotoren treiben die beiden Vorderräder an, die Hinterräder werden über die Ketten mitgedreht. Somit kann der Rover vorwärts... ...sowie rückwärts fahren... ...und sich auf der Stelle drehen, wenn die beiden Motoren gegenläufig angesteuert werden. Der Roboter ist nicht sonderlich schnell, womit das Unfallrisiko minimiert wird, die kinetische Energie bewegter Objekte steigt quadratisch mit der Geschwindigkeit. Das Mikroservo schwenkt die Kamera nach oben... ...oder unten. Die LEDs sorgen für gute Beleuchtung in dem mitunter dunklen Roboterraum. Mit Hilfe der Infrarotschnittstelle kann der Rover mit interaktiven Modulen in meinem Robospatium kommunizieren, hier verwende ich einen Arduino Uno als Empfänger, der LEDs schaltet. Die Stromversorgung erfolgt über zwei Schleifkontakte, die eine Verbindung zu je einem Metallgitter für Masse und positive Versorgungsspannung herstellen. Davon befindet sich einer am Boden und wird über die Schwerkraft angepresst... ...während der zweite Schleife auf der Oberseite des Fahrzeugs über eine Feder vorgespannt wird. Das System dürfte dem ein oder anderen Jahrmarktbesucher bekannt vorkommen. Durch die Schleifkontakte kommt es immer wieder zu kurzen Unterbrechungen des Stromkreises. Da das den Raspberry Pi unweigerlich zum Absturz bringt, verwende ich eine Pufferbatterie bestehend aus Nickel-Metall-Hydrid-Zellen. Im praktischen Betrieb liefern vier dieser Zellen abhängig vom Ladezustand eine Ausgangsspannung zwischen 4.0 und 5.2 Volt. Die Akkus sind parallel zum Ausgang des 5V Gleichspannungskonverters geschaltet und werden somit auf diesem Spannungslevel gehalten. Vor dem ersten Anschließen des Pufferakkus muss sichergestellt sein, dass dessen Ausgangsspannung nicht wesentlich über 5V liegt, da das den Raspberry Pi zerstören könnte. Wird die Stromversorgung über die Schleifkontakte unterbrochen, so erfolgt die Energieversorgung des Raspberry Pi über die Akkus. Mit Hilfe eines GPIO-Pins kann der Raspberry Pi feststellen, ob der Stromfluss über die Schleifkontakte unterbrochen ist. Sollte das der Fall sein, so fährt der Rover ein kleines Stück vor oder zurück, bis der Strom über die Kontakte wieder fließt. In diesem Zustand werden die Pufferakkus wieder auf bis zu 5.0V geladen. Dank dieses Systems zur Stromversorgung können mehrere Roboter parallel in einem Raum betrieben werden. Der hier gezeigte Rover wird also kein Einzelkind bleiben. Als nächstes muss ich einen Teil meines Robospatiums mit Metallgittern an Boden und Decke versehen. Sobald alles vorbereitet ist, gibt's die Bedienungsanleitung zur Steuerung des Rovers. In der Zwischenzeit wird der Roboter klassisch über Stromkabel mit Energie versorgt, so dass ihr schon mal erste Testfahrten starten könnt. Bereits online ist die Nachbauanleitung inklusive deren OpenSCAD erstellten 3D-Dateien und des Schaltplanes. Wer mich in meinen Bemühungen zum Erhalt und Ausbau des Robospatiums finanziell unterstützen möchte, kann die Spenden-Schaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an alle bisherigen Unterstützer! In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!